Ich bin hier mit Claudia nach der White Belt und du bist zum White Belt gekommen, mit Gründe auch für Selbstheilung. Ja, genau. Kannst du uns was da mitteilen? Ja, also 2018 bekam ich eine neue Niere. Nach zwei Wochen hatte ich einen kleinen Hirnschlag und ist zum Glück wieder gut gekommen. Aber gewisse Dinge habe ich gespürt, die sind nicht mehr so, wie sie sollten. Und ich habe etwas gesucht, was mir wieder Power gibt, Lebensfreude und das habe ich in Niere gefunden. Ganz einfach, weil es gibt Energie, es ist gut für den Kopf zu denken, wenn man quer steht, wenn man kreuz und quer alles machen muss. Sehr gut für das Gehirn, sehr gut für die Freude, für das Herz, für die Seele, für die Füße, für den Popo. Oh wow, okay. Er steigert sich hier in der kleinen Conversation. Ja, also wirklich, grosses, grosses Kompliment und herzlichen Glückwunsch zum White Belt. Ich danke dir. Ja, also das war von Tag zu Tag eine Steigerung an Lebenskraft in dir. Das war so berührend. Ich danke dir. Ich danke dir. Es war fantastisch. Eine Erfahrung, die jeder... Ich danke dir.